Golf, der Sport der Götter. Oder zumindest derjenigen, die genug Langeweile und Geld haben, um es zu probieren. Warum solltest du Golf spielen? Hier sind 5 Gründe, die dir zeigen, warum dieser Sport die beste Entscheidung deines Lebens sein könnte. Grund 1. Prestige und Status. Vergiss Ferraris oder Yachten. Wenn du einen Golfschläger in der Hand hast, wissen die Leute, dass du es geschafft hast. Sie wissen, aha, dieser Mensch hat ein Jahresgehalt in Mitgliedsgebühren investiert. Und was könnte mehr Prestige bringen, als auf einem 200 Jahre alten Rasen zu stehen, während ein überteuerter Caddy deine Tasche trägt? Ach, diese Powergefühle. Und wenn du kein Millionär bist, keine Sorge, tu einfach so, als wärst du einer. Fake it till you make it. Oder wie wir Golfer sagen, du geht till you buy it. Grund 2. Natur pur. Golf bringt dich der Natur näher. Stell dir das vor. Frische Luft, weite Grünflächen, das Rummen der Bienen und vielleicht ein paar Westenstiche. Aber hey, dafür gibt's ja Notfallsalben. Nichts sagt, ich liebe die Natur mehr, als auf einem perfekt getrimmten, pestizidbelasteten Rasen zu stehen, oder? Und wenn du in einen Bunker fällst, nennen wir das einfach eine kostenlose Abtreibung mit Peeling-Effekt. Wellness ist schließlich alles. Grund 3. Abenteuer in der Modewelt. Golf gibt dir die Möglichkeit, modisch total aus der Reihe zu tanzen, ohne schief angeguckt zu werden. Endlich kannst du Kniestrümpfe, Polo-Shirts und Kappen tragen, die aussehen, als hätte dir ein Papagei ins Hirn geschissen und alle werden es als schick bezeichnen. Wenn du also ein Faible für Mode hast, die selbst in den 70ern als gewahrt gegolten hätte, dann ist Golf dein Sport. Golf. Die perfekte Entschuldigung, deinen inneren Clown herauszulassen und dabei für einen Gentleman gehalten zu werden. Grund 4. Stressabbau auf höchstem Niveau. Golf ist wie Meditation, nur mit mehr Wutanfällen. Das Gefühl, wenn du deinen Ball perfekt trifft und der ganze 300 Meter fliegt. Und das Gefühl, wenn du 30 Schläge brauchst, um aus einem Bunker herauszukommen. Aber keine Sorge, ein Golfschläger kostet nur 200 Euro. Ein Schnäppchen im Vergleich zu einer Therapiestunde. Grund 5. Die einzige Sportart, bei der du im Bett gewinnen kannst. In welcher anderen Sportart kannst du im Bett liegen, YouTube-Tutorials schauen und das Gefühl haben, du trainierst gerade richtig hart. Es gibt hunderte Golf-Tipps-Videos, die dir beibringen, wie du deinen Schwung perfektionieren kannst, während du deine Chips snackst. Oh, und wenn du dann doch mal wieder auf dem Platz bist und dein Ball im Teich landet, kannst du es immer auf die falsche Theorie schieben. Und nebenbei gibt es auch noch super Zeitloom-Aufnahmen für Online-Plattformen, wie Instagram oder YouTube. Mit so einem Content kriegst du garantiert mehr Abonnenten. Also, was hält dich davon ab, ein Teil dieses großartigen Sports zu werden? Golf. Der einzige Sport, der Fitness, Fashion, Abenteuer und Verzweiflung in perfekter Harmonie vereint. Also schnappt euch eure Schläger, leert eure Konten und lasst die Spiele beginnen. Einen. Einen.